ich will euch heute einfach mal ein bisschen über den letzten aktuelleren stand bringen was so in dem letzten jahr dreiviertel jahr sage ich mal bei msa x ein bisschen passiert ist ein bisschen was tut sich doch und gleichzeitig wollte ich einfach mal die chance nutzen ein bisschen ja hat jetzt weniger mit app wie oder msa x zu tun aber ist doch nah dran einfach mal das thema fs logics vorzustellen weil bei vielen kunden bei denen ich jetzt in den letzten zwei jahren unterwegs war in ihren umgebungen tatsächlich tollerweise auf fs logics migriert wurde von diversen anderen upm lösungen und deswegen wollte ich einfach das tool auch mal vorstellen weiß natürlich auch mittlerweile ja aus dem hause microsoft kommt auch schöne copyrights leid die überspringen jetzt einfach mal gehen direkt ich würde einfach mal sagen in das msa x briefing ein paar sachen haben wir schon erwähnt oder wurden ja schon von andreas oder in erster linie von andreas ja schon angerissen was jetzt neu dazugekommen ist sind die sogenannten first launch configurations sind jetzt möglich was heißt das eigentlich das heißt einfach dass wir mittlerweile endlich die möglichkeit bekommen haben powershell scripts endlich im msa x container auszuführen das können wir entweder beim starten oder beim schließen machen das ganze wird implementiert über das sogenannte package support framework und da ist so ein bisschen so mein schmerz aktuell weil wir das package support framework noch nicht im msa x packaging toolkit integriert haben ja also wer das msa x packaging toolkit kennt ja da haben wir mittlerweile schon immerhin für msa x core was andreas ja schon angesprochen hat ein flag gesetzt wo ich das anhakeln kann dann wird das mit ins paket gepusht beim package support framework ist es leider noch nicht vorhanden und ist dahingehend ein bisschen fieselig in der implementierung wir haben dazu schon einen aktuellen docs artikel mit einem beispiel wie man das ganze dann in das paket implementiert geschrieben den würde ich dann einfach im nachgang natürlich dann in die e mail oder andreas in sein blog sag ich mal kann es dann übernehmen genau das ist neu dazugekommen gebraucht wird natürlich 20 h 1 dass das tut genau unten auch noch mal ein link zum psf was wir auch schon hier kurz angesprochen hatten msa x kann jetzt mit services kleine besonderheit an der ganzen geschichte ist sobald ich einen service mit capture von dem von der software brauchen wir administrations rechte um natürlich den service nativ im system zu installieren so weit so gut ist wenn ich jetzt standardmäßig sage ich mal ein msa x package deploy über intune oder irgendeine andere esd lösung ist das kein problem wird allerdings zu problem wenn ich standard user bin und einen software shop auf einem eigenen sage ich mal web server betreibe ich glaube johannes freundorfer ingmar und ich also wir drei microsoft die hatten da auch mal so eine demo webseite gebaut wo man direkt msa packages msa x packages runter installieren konnte das funktioniert dann nicht wenn ich kein admin bin einfach um das ganze ein bisschen im hinterkopf zu halten auch hier 20 h 1 als voraussetzung und genau das ganze wurde in den ins packaging tool implementiert und wenn ihr aktuell packages damit gebaut habt dann seid ihr dann wahrscheinlich schon drüber gestolpert genö was wollte ich dann noch dazu erzählen ich habe scherzes halber mal einen google chrome den update service mit aufgezeichnet das funktioniert wunderbar was ich allerdings noch nicht ausprobiert habe ist was passiert wenn der service tatsächlich losläuft ob danach ob er sage ich mal den neuen content in den container runter legt und dann lädt und danach die temper protection anspringt weil sich das paket geändert hat was ich eher nicht glaube sondern ich vermute einfach dass er den content in den nativen fahrt ins filesystem wahrscheinlich runterladen wird also ist egal wie ich glaube dass nichts vernünftiges dabei rauskommt in im falle eines google chrome wo das wahrscheinlich interessanter ist sind natürlich jetzt keine update mechanismen aber sage ich mal sowas wie zum beispiel wenn ich einen file ziller ftp server oder sowas habt da ist das dann natürlich schon durchaus interessanter das mal zu probieren support for delivery optimization haben wir eingeführt für native nativ über http oder https funktioniert aktuell über intune ob das ganze dann für config manager auch kommt ist mir gerade nicht bekannt benötigt ebenfalls 20 h1 oder neuer ja msrx core hat andreas ja schon angesprochen ist einfach die msrx engine die wir halt auf älteren editionen brauchen client und server und das coole hier ist halt dass es mittlerweile ins packaging tool integriert wurde ja wenn ihr das packaging tool habt und ihr habt in eurer umgebung einfach noch ältere clients also windows 7 clients ältere windows 10 editions oder so habt ihr einfach den vorteil ihr setzt einfach einen haken im packaging tool dass ihr msrx core mit einbinden möchtet und dann ist das thema erledigt ja sie müsste es nicht irgendwie händisch einbauen das ist ziemlich cool als nächstes wurde ja schon die ja im letzten jahr durch dieses ganze pushen von windows virtual desktop das thema msrx abitets immer lauter ja was ist msrx abitets soll eine lösung werden für virtuelle plattformen oder ist es ja bereits schon wie eben unseren windows virtual desktop den wir in azure anbieten was passiert dann wir nehmen im endeffekt ein msrx paket eine software und packen diese in eine vhd oder vhdx und tun die dann im endeffekt an den client mountain station und anschließend das paket registrieren und dann kann das ganze im endeffekt gestreamt werden auch über smb blog basiert dazu habe ich mal kleine demo aufgezeichnet das ist jetzt im endeffekt von stefan gregorie von der produktgruppe der das ganze thema abitets und wie wie die unter sich hat und treibt hier sehen wir die aktuelle uns zugängliche variante in dem wir einfach powershell basiert das ganze hier in diesem falle eine vhd mountain ja mit dem visual studio code das hat er gerade eben gemacht also er hat es gemounted gestage und registert dann dauert es ein bisschen und wo das msrx paket ist da genau mit stadt der kollege im endeffekt eine änderung reingeschrieben wird das ganze jetzt die station und anmonten das sind einfach nur die werte wie lange das in je nach system da komme ich nachher noch dazu gemount hat und jetzt ist das paket verschwunden und wenn er das ganze jetzt erneut mounted stage und registert werden wir auch sehen dass das was er vorhin im visual studio code geschrieben hat geht bei dem ganzen natürlich nicht verloren wie im endeffekt cow location ja dauert ein bisschen genau aktuell passiert dieses ganze handling noch über powershell skripte die sind mittlerweile auch über github zugänglich docs artikel gibt es auch bei interesse kann ich die gerne auch in die in die e mail mit reinbauen was interessanter wird was ich leider leider allerdings nur als screenshot zeigen kann weil ich selber keinen zugriff auf den intube preview tenant bisher habe für msrx apitach gibt es eine im wvd portal eine integration mittlerweile um genau dies zu tun das sehen wir hier auf dem screenshot wo ich im endeffekt einfach mein package image angebe welche welche und automatisch liste dann aus welche applikation das ganze ist und kann das hinzufügen wie es wer soll es registriert werden et cetera sehr cool darauf haben wir lange gewartet ist allerdings leider noch im preview ja also ich weiß nicht ob irgendjemand von ihnen dabei ist der hier zugriff auf wie viel die preview hat ich leider nicht was jetzt die ganz große frage ist die mir in diesem zusammenhang des öfteren gestellt ist wird es für msrx apitach eine on premise ist lösung geben ich kann die frage aktuell leider immer noch nicht beantworten weil ich keine verlässliche aussage von der produktgruppe derzeit bekommen ja also ich kriege immer nur als antwort aktuell ist die die entwicklung auf für windows virtual desktop im vordergrund ob was on premises in der richtung kommt um auch msrx packages in on premises wie die umgebungen ja handelbar zu machen ist leider aktuell noch ein fragezeichen dahinter sobald ich dazu mal eine aussage bekomme werde ich die sehr gerne teilen aktuell muss ich euch da leider vertrösten ja genau was ist noch neu zum fs auch mit 20 h 1 gekommen haben wir ein neues format eingeführt das nennt sich das ist ein kompressive image file system es ähnelt ein bisschen einem wim file würde ich jetzt mal behaupten ja der vorteil von zim fs gegenüber einer klassischen vhd vhdx oder halt einem wim ist dass es wesentlich abgespeckter ist was descriptors angeht und ein read only format hat ja dadurch müssen bei der beim ja mountain sage ich mal beim station weniger actions ausgeführt werden weil es einfach weniger sage ich mal zum beispiel acls bietet als ein herkömmliches file system und dadurch kann ich halt meine memory consumption und vor allem den cpu impact reduzieren was in kleineren umgebungen jetzt nicht dramatisch ist allerdings in größeren umgebungen durchaus eine rolle spielen kann ja wie wird das ganze benutzt eigentlich relativ ähnlich zu dem was wir bisher kennen wie wir ein msrx paket in eine vhd oder vhdx packen kann ich künftig halt einfach da nicht vhd oder vhdx eingeben sondern halt zim fs und dann packt ihr mir das in in den in den zim fs container sage ich jetzt einmal mit rein oder die zim fs disk und das ganze hat dann die endung punkt zim hinten raus ja ich selber bin jetzt auch leider noch nicht dazu gekommen weil es doch relativ frisch ist das ganze mit zim fs zu testen ich hoffe dass ich mal in einer späteren session mal mehr dazu zeigen kann dann hätten wir noch das thema flexible containers darauf warten viele meiner app wie kunden ja schon relativ lange dass sich hier was tut also gerade die kunden die application connection groups unter app wie einsetzen ja flexible containers bedeutet im endeffekt dass sich mehrere msrx pakete auch einen virtuellen container teilen was es hierzu leider immer noch nicht gibt sebastian du darfst mich sehr gerne korrigieren ist eine timeline wann dieses feature zumindest mal als preview auftauchen wird ja ich will es mal so sagen wir haben gehört dass sie im frühjahr nächstes jahr darüber sprechen wollen ja also nichts neues nichts neues nichts neues im west nichts neues ja dann hilft es nur dass wir weiter warten ob da noch was kommt oder nicht genau so viel hätte ich aktuell zum stand zu msrx was sich da so tut insgesamt das ganze thema msrx wie wir vorhin schon besprochen hatten es wird interessanter werden und auch falls einige von euch gemerkt haben es sind ja mittlerweile vor allem was treiber angeht wir haben ja das treiber modell ein bisschen angepasst das nach dem sogenannten dch in klammern u treiber modell und dieses treiber modell beinhaltet einfach das vom 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 treiber core an sich die ja sage ich jetzt einmal steuer also die 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 software die meistens mit einem treiber ausgeliefert wird ja um halt einstellungen vorzunehmen für den treiber ja wird gesplittet vom treiber an sich ja ich bin dabei einige kunden sind da von mir reingerauscht die beispielsweise neuere intel treiber ausrollen wollten oder eben neue soundkarten treiber und danach festgestellt haben dass das tool gar nicht mitkommt sondern dass ich dieses tool mittlerweile dann meistens über den windows store for business versteckt oder generell im windows store genau anderes beispiel wäre zum beispiel das nvidia control panel ja das muss ich mittlerweile wenn ich diesen treiber dieses treiber system haben möchte ja muss ich das über den store installieren ja und im endeffekt sind es dann msrx pakete in the future ja also das thema ist interessant und ich bin dabei kunden reingerauscht die halt eben ltsc clients einsetzen oder halt auch auf servern unterwegs sind und dort auch ja zusätzlich zu dem nackten treiber an sich halt auch die entsprechende software drauf packen wollten und dann sind wir da reingerauscht und haben gesagt wie kriegen wir jetzt die software auf den server drauf ja dahingehend wird das thema wesentlich interessanter werden in naher zeit genau so viel zu msrx von mir im moment und jetzt würde ich euch einfach gerne mal das ganze thema fs logics vorstellen ja ich habe gesehen im chat einige von ihnen nutzen ja fs logics mittlerweile schon fs logics wurde 2013 gegründet und eingeführt wurde ursprünglich mal mit einem einzelnen nur ein einzelnes modul dazu entwickelt mittlerweile gibt es vier in klammern fünf module und wir haben weil es so ein tolles produkt ist haben wir es im november 20 18 gekauft und seitdem weiterentwickelt und es ist sage ich mal alle für alle kunden die den desktop in irgendeiner form lizenziert haben ist es frei verfügbar ja ich habe später noch eine leiter stehen dann ganz genau welche microsoft lizenz man im endeffekt welche man besitzen müsste um es kostenfrei einsetzen zu können ja genau was ist fs logics fs logics ist eine profile management sieht die ja sehr angelehnt ist an ein citrix upm ivanti res ivanti absents im video manche der tools können noch ein bisschen mehr als fs logics das ist halt sage ich mal geschmacks und kosten frage interessant ist wir können fs logics aktuell on premises einsetzen aber auch eben halt in der cloud für cloud vdi lösungen wie zum beispiel windows virtual desktop das äußerst interessant ist dass wir mit fs logics eben den fs logics office 365 container anbieten der uns ermöglicht caching für office produkte in erster linie ja zu unterstützen und das ist halt bei non persistent video umgebung ein ganz großes thema gehe ich nachher noch ein bisschen genauer darauf ein wir bieten app masking wir bieten java versions kontrolle an man kann das ganze so sehen dass wir ein bisschen enterprise state roaming und ui ja sozusagen zusammengeführt haben um user daten zu roamen und aktuell ist einfach fs logics unsere bevorzugte lösung für alle nicht persistenten umgebungen und jetzt schauen wir uns einfach mal ein bisschen die architektur von von dem ganzen produkt an also ich habe ganz unten habe ich mein windows us mit entsprechenden file systemen und oben drüber habe ich wenn man das so nennen möchte hypervisor mäßig die fs logics core engine die bringt wiederum oder zusätzlich zur core engine habe ich zwei filter treiber und einen windows dienst ja die auf dem system drauf installiert werden das ganze die core engine wird im endeffekt über registry keys konfiguriert diese kann ich über die üblichen wege als sage ich jetzt einmal gruppenrichtlinie oder gruppenrichtlinien preference auf das system schießen und dienste filter treiber beziehungsweise die module werden über regeln konfiguriert und diese regeln sind im endeffekt text dateien also alles kein hexenwerk ja aktuell gibt es wie gesagt vier ich sag jetzt mal in klammern fünf module ja das sind meine profile container mein office container mein application masking mein java version control und im prinzip kann ich auch das was ich mit fs logics ab attach machen also sage ich mal ein app volume kann ich derzeit auch mit fs logics machen ja dazu brauche ich nicht unbedingt ein ms ax benutzen das ganze wird gerne ein bisschen vergessen was euch vielleicht bei dem ganzen design hier schon mal auffällt ist ich brauche für fs logics keinen sql server ich brauche keinen applikations server und ich brauche auch keinen web server ja das ganze ist einfach relativ flat einen client den ich auf ziemlich jedem windows us drauf installieren kann und am ende brauche ich nur irgendwo einen storage oder einen pfad wo ich meine disk hinschreiben kann ja später würde ich dazu noch ein bisschen genauer eingehen ja was auch schön ist an der ganzen architektur ist dadurch dass es halt ebenso flach ist ja und ich halt nicht irgendwie noch sequel web server oder keine ahnung was braucht ist es relativ leicht zu skalieren in eurer umgebung ja also ich habe jetzt zuletzt auch eine sehr große versicherung hier in münchen sind wir auch umgestiegen von iwanti auf fs logics und haben jetzt auch dann und also aktuell noch nicht aber wir sind auf dem weg die hunderttausend damit zu knacken ja da muss man dann natürlich was das storage angeht dann doch ein bisschen die skalierung mit einbeziehen ja genau ich würde jetzt einfach gerne mal die vier module die wir haben dazu vorstellen application masking wurde ja auch schon mal vorhin im chat erwähnt application masking hilft mir dabei die im idealfall anzahl an images oder silos einfach zu reduzieren indem ich wenn nötig meine applikationen die ich im image schon vorweg installieren muss rein installieren kann und dann wiederum ausblenden kann und dann für user oder user gruppen eben über berechtigungen wieder sichtbar zu machen es erlaubt mir mehrere unterschiedliche versionen derselben app in einem layer einzusetzen es funktioniert wie wir im chat auch schon gelesen haben wunderbar zusammen mit app wie und kann auch was ein ganz cooler ansatz ist auch dazu benutzt werden ja lizenzen zu kontrollieren klasse beispiel dazu ist oder wie es kundeneinsätzen von mir ist auch schon der klassiker mit visio und project ja weil ich es halt einfach dann auch schon nativ als native installation mit ins image ins core image packen kann und blende ist dann halt einfach standardmäßig aus und nur für die user die eine lizenz für eins der produkte haben blende ich es wieder mit ein ja java version control unterstützt beides java applikationen und applets heißt im endeffekt ich kann auch hier beispielsweise im image gleich mehrere versionen von java installieren kann die jeweilige version an applikationen oder applets bündeln und dann automatisch zum end user zur jeweiligen session redirecten dass der user in seiner aktuellen session sage ich mal die eine applikation mit java engine so und so läuft und wiederum eine andere java applikation mit einer ganz anderen java engine läuft im hintergrund ist möglich ja dafür muss ich brauche ich auch kein separates packaging oder sequencing der große punkt profile container unterscheidet sich jetzt mal grundlegend nicht wirklich von also es unterscheidet sich schon aber es ist sehr stark angelehnt an user profile disks die ja mit server 2012 r2 damals schon gekommen sind allerdings gibt es dann schon einen feinen unterschied und zwar der filter treiber von fs logics der ermöglicht es die gast vhd oder vhdx des profils so zu mounten dass ja kein unterschied für das also kein sichtbarer unterschied für das os fürs filesystem existiert und das bringt mir auch eine sehr hohe success rate was meine applikations kompatibilität angeht die halt eben halt daten auch ins user profil anlegen ja es geht wesentlich schneller und zuverlässiger beim login als das klassische roman ja wir haben die möglichkeit cash exchange mode wieder einzuschalten weil wir halt einfach das ost file roman können ja das habe ich in der letzten zeit halt relativ oft bei bei meinem video bei meinem video kunden gesehen die halt noch eher klassische upms einsetzen ist es halt einfach so dass viele den exchange online mode verwenden müssen und dadurch halt sehr hohe last auch auf den exchange servern verursachen da sind dann meistens die exchange admins relativ unglücklich darüber ja wir bieten auch support für one drive mittlerweile an da gab es in letzter zeit hier und da probleme allerdings haben wir allerdings haben wir jetzt diese woche am 17 ein fs logix update veröffentlicht was einige dieser one drive probleme unter anderem behebt daher einfach mal sich die release notes des aktuellen updates für fs logix mal zu gemüte führen ich würde den link dazu dann halt auch einfach im nachgang verschicken genau das profil der container ist eine vhd oder vhdx das kann ich einfach festlegen per policy der unterschied ist vhdx kann das profil wesentlich größer werden ja vhd bin ich in der größe limitiert vhdx bin ich es nicht ja wie gesagt derselbe ansatz wird genutzt wie bei einer user profile disk beim loggen wird das ganze gemountet die größe des profils dadurch dass ich halt eine disk habe die einfach gemountet wird spielt die größe des profils keine rolle erst mal beim loggen und was natürlich früher immer ein thema war bei klassischen copy jobs ja die das ganze wird dann block basiert im endeffekt über das netzwerk geschickt was wiederum den netzwerk traffic ja kleiner macht im vergleich zu dem was im standard copy job machen würde das caching des ganzen läuft über den windows case manager der bestandteil vom os ist und standardmäßig nehmen wir vom user alles mit was unter c users username liegt ja standardmäßig ihr könnt exclusions setzen das ist möglich aus erfahrung würde ich euch aber empfehlen vorsichtig an das thema ranzugehen weil ich durchaus schon kunden und cases hatte die sich mit exclusions dann applikationen zerlegt haben also da ein bisschen obacht geben genau und durch den filter treiber ist es halt einfach möglich das ganze im sinne dadurch dass es anders die gast vhd minimal anders gemountet wird wie eine klassische upd kommt es einfach für das file system fürs os für die ordner so rüber als ob das ding wirklich tatsächlich nativ da liegt das ist sehr cool office 365 container ist ein bisschen anders wurde dazu designt dass wir es halt eben auch mit herkömmlichen anderen profile management lösungen einsetzen können und dient in erster da erster linie dazu die ganzen cashes zu handeln ja search index oder halt eben wo ist die roaming beispiel ist halt einfach in den in den klassischen umgebungen wo ich das nicht habe habe ich meistens nicht zwingend die möglichkeit des ost file weil es ja doch relativ groß wird vernünftig zu roamen ja und das führt halt dazu dass wenn sich ein user anmeldet auch die suche doch relativ eingeschränkt ist weil auch ein search index im endeffekt ein cash ist und dieser muss dann jedes mal für eine bei einer non persistent session neu müsste neu angelegt werden was halt die suchfunktionen deutlich einschränkt ja oder dass wir halt eben auch one drive nutzen können in non persistent umgebungen ja man kann zwar in non persistent umgebungen one drive auch nutzen indem ich nur die daten wie heißt es on the fly nutze ja also im internet only habe ich halt dann aber halt viel internet traffic ja die frage ist will ich das ja sollte man bedenken was brauchen wir für das ganze wir haben einen fslogix agent der wird installiert auf dem jeweiligen client ich habe meine gruppen richtlinie die mir das ganze konfiguriert also grundsätzlich erst mal den client einschaltet konfiguriert ich habe einen fall share meistens auf dem ich meine discs ablegen kann und diese werden dann on the fly gemounted und über smb gestreamt blog basiert was ich euch mit geben möchte unbedingt ist das thema file share und zwar das ganze ist so dass die discs die user profil discs sind read only discs während der user sich anmeldet und eine session startet wird eine sogenannte differential disc zusätzlich erstellt die dann so mein sogenannter write cache für das profil ist so weit so gut was passiert wenn sich der user abmeldet und dann werden die differentials in die read only disc zurückgeschrieben und jetzt kommt der knackpunkt ich brauche damit das ganze auf dem storage performant funktioniert ja sollte der falsche auf dem die discs gehostet werden zwingend entweder mit re fs re fs resilient file system formatiert sein und nicht mit ntfs oder euer storage das als unterbau für den fly share funktioniert ist odx fähig ja ganz wichtig wenn wenn ihr das nicht habt ja dann wird die die differentials über den standard win copy job übertragen und das erzeugt dann doch recht hohe last sage ich mal ja da bin ich jetzt bei dem kunden auch reingelaufen in das thema dahingehend einfach das ist sowas was man ein bisschen wissen muss das ist auch von uns es ist dokumentiert aber man überliest das gerne ja genau was uns zum beispiel überhaupt nicht interessiert ist welchen unterbau ihr dazu habt ja ob ihr jetzt rds wievd wie haben wir reisen was auch immer ihr benutzt als hypervisor das interessiert uns nicht ja das tut auch so also lässt sich wunderbar in in eigentlich fast jegliche umgebung integrieren spannend ist halt einfach nur ihr braucht eine dieser lizenzen sonst tut es nicht also sonst dürft ihr nicht aber in der regel solltet ihr da eigentlich eine davon haben ja das ist aber auch alles soweit dokumentiert ja das war wesentlich schneller als gedacht ein kleiner überblick mal über fs logics ganz grob ohne sehr in details sich zu verstricken ja dann schauen wir uns einfach mal fragen an und dazu sollte ich mein screen sharing mal beenden damit ich mal wieder was sehen so das war's von mir in relativ schnell ich konnte jetzt die ganze zeit den chat nicht lesen deswegen muss ich erstmal suchen wo wir eigentlich stehen geblieben sind äh ähm 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 ttim-tom-tum-tum-tum-tum ähm ttambtadum ttambtabt Andrea Sebastian Ihr habt doch hoffentlich schon mitgelesen und Fragen beantwortet naja zum ersten Teil ist epditsch wievd only öhm nein ist es nicht allerdings dieses ganze benefit drumherum was wir gesehen haben wird aktuell eigentlich schon also alles was drumherum gebaut wird wird hauptsächlich gerade für windows virtual desktop halt entwickelt ja genau das wäre die frage ob man das halt auch auf den fettenschein der industrie macht wenig sinn aber funktionieren würde es funktionieren würde es das ist richtig genau das ist wie ich gesagt hat eine marketing sache technisch spricht da nichts dagegen aber man möchte halt windows virtual desktops damit erstmal pushen genau das was was wir jetzt gesehen haben bei windows virtual desktop zum thema msi x app attach diese sneak preview von der von der sage ich mal ja azure app wo ich im endeffekt eigentlich meine wvds manage aber jetzt auch msi x app attach managen kann ja ob das dann irgendwann mal in der zukunft als on premises zur verfügung steht als sogenannter msi x app attach server als management engine weil ja immer die frage kommt was ist denn dann wenn app wie durch msi x abgelöst werden soll ja was gibt es dann einen msi x server oder wird der app wie server zum msi x server ja ich könnte es mir vorstellen dass es möglich wäre die frage ist ist es im scope von unserer produktgruppe und aktuell ist es das nicht ja sebastian du darfst mir gerne korrigieren aber ich glaube dass das im fokus ist der fokus ist wvd sie wollen das pushen sie wollen ja auch rts wie soll man sagen runterfahren stimmt nicht ganz sondern man möchte den fokus auf wvd legen ja man geht aktiv und auf kunden zu uns sagen hey ja rts waren 1000 server die hosten wir in wvd für euch kostenvorteil keine rts line sind es in eurem windows fall mit dabei ein entscheider seite natürlich auch rechnung links rechnung rechts dann gehe ich halt auf wvd wenn microsoft dieselben funktionalitäten hat verspricht ich glaube matthias du müsstest dich muten wenn sebastian oder ich was sagen das ist halt ein bisschen ja genau jetzt ist das weg vielleicht hast du es nicht gehört aber einfach so generell wir hatten entschuldigung ich wollte jetzt nicht unterbrechen sebastian was ich wollte ich wollte nur eben sagen dass der fokus auf ganz stark auf wvd liegt dann hatten wir eine frage hier zum thema application masquerading in verbindung mit microsoft office das ist wahrscheinlich auch eine lizenzrechtliche frage weil klar kann ich komponenten ausblenden aber ich muss die trotzdem lizenzieren ist das richtig ja okay ja also das ist das ist ganz klar wenn man was in der garage stehen hat und theoretisch eine zulassung hat dann muss man es auch lizenzieren also sprich steuern dafür bezahlen das ist der klassische office fall dass man immer wenn man eine office suite hat auch das was die office hat das ich mache user publishing für excel und powerpoint und möchte diese zwei sachen lizenzieren für den benutzer und habe aber ein ganzes office wird virtualisiert funktioniert nicht dann kam noch eine frage auf zum thema app wie und lotus notes also in dem fall geht es eben darum outlook durch lotus notes zu ersetzen interessante frage also eben lotus notes ausblenden jetzt sehe ich mich also doch keine lizenzrechtliche frage sondern outlook verstecken und stattdessen lotus notes klar protokoll driver müssen natürlich aktiv sein aber hast du mal oder hat einer von euch mal lotus notes virtualisiert ja also ich nicht ich ja ja schon mal lange her wie 5 sp2 gegen man wir haben jetzt hier keinen dominos server oder was am start ja also das was man was gegen gegen und beim kunden ging es soweit auch ob jetzt alle funktionalen funktionalitäten da waren weiß ich nicht das problem was wir damals hatten weil es auch nicht direkt mit note sondern irgendwie mit app wie in der anbindung daran aber der kunde hat es dann schlussendlich eingesetzt für ihn hat es funktioniert weiter weg natürlich jetzt nicht das sage ich mal microsoft nicht sehr gefällt von outlook zu notes aber das ist ja noch mal ein anderes thema ja ich meine der kunde muss ja dann beides lizenzieren also letztendlich microsoft leitet nicht darunter wir haben die nächste frage hier und zwar fs logitex profil container in multisession umgebungen ich weiß da gibt es anpassungsmöglichkeiten aber was ist wenn der benutzer sich eben gleichzeitig auf seinem windows 10 desktop und einer windows terminal server sitzung anmeldet inwieweit ist das heute was ist jetzt date of art frage ich mal so ja ist möglich also ihr hört ihr mich ich habe jetzt mit auf umgestellt passt oder ja allerdings microsoft mal dahinten ausgeblendet es gibt durchaus andere hersteller dass gerade wenn ich auf mehreren plattformen unterschließt bin das besser kann als fs logics ja okay dann könnte man vielleicht auch noch mal juli will ins spiel bringen kennt keiner vielleicht oder nicht viele zumindest aber so für die ein oder andere anwendung man zum ganz kleinen rahmen braucht das funktioniert wunderbar mit auch mit ganz vielen anmeldungen also vielleicht so als hinweis ist auch ein betriebssystem genau wird wie so selten verwendet aber rechts als stichwort man könnte vielleicht sogar kombinieren die mit profil container macht das sinn schwer zu sagen dass das kommt glaube ich auch auf den einsatzfall an weil du kannst natürlich wenn du nimmst das ganze profil ja in dem container mit und vielleicht hast du das ein oder andere was wirklich zur laufzeit reinschießen möchtest ja ich glaube nicht dass das super toll ist super performant wenn man alles ja mehrere sachen aber es gibt auch kunden ist mal unabhängig davon die haben fs logics und noch eine zweite third party profilösung am start wo man sich dann sagen muss warum da also gut oder andersrum ich meine der umkehrschluss ist wir haben auch kunden das ist wirklich ich weiß auch nicht warum die nutzen zwei virtualisierungs lösungen also du hast etwas virtualisiert und neben eine third party lösungslösung die dann registry keys noch reinschießt sollte die app wieder noch einmal sehen sollen und wundern sich warum das halt nicht klappt dann generell die frage ob das von microsoft und frage wäre erstmal nur ob microsoft vorsieht einzelne office komponenten auszublenden das wäre also wieder application masquerading dass ich die verknüpfung für outlook aus dem office herausnehmen verstecke also ich das das würde ich mal sagen das kann man vielleicht sagen ist im rahmen des möglichen weil wenn man sich mal das odt anschaut da kannst du ja auch exkluden ja genau auch schon exkluden machen die executable kann man auf jeden fall auch sperren wenn man es möchte auch nur noch dem einen oder anderen weg aber generell also bei advi ist noch ganz wichtig natürlich muss das das notes paket nach dem office paket auf das system gebracht werden ja also wenn das office lokal native installiert ist und ich dann hinterher das notes paket als april paket aufbringen würde dann erst dann ersetzt er eben die protokoll driver und die fallte associations und so weiter das haben auch entsprechend naja jetzt geht es ein bisschen zu weit hier aber der tipp ist gut weil man muss es ja auch so sehen wenn man das dann sequenziert sollte man es auch auf so einem kleinen sequenzieren wo office eben da ist genau auch nicht auf einer blanken maschine so gibt es probleme mit benutzerbezogenen veröffentlichungen wie also fbc und fsg user publishing also per user publishing also meines wissens nicht also zum kunden im einsatz und hörte auch nicht vielleicht von eurer seite also eben gegenteil ist eher vorteilhaft eben weil ich diese ganzen probleme mit package an die version id und user settings und so weiter in verbindung mit fs logics komplett ausblenden kann außer ich brauche exclusions damit ein weil ich die nicht haben will aber das wäre dann glaube ich auch nicht so klug also im gegenteil gut wachsende profil container habe ich noch gelesen ja noch so ein punkt der immer größer werden die profil container und nicht mehr kleiner ich glaube das ist genau ein thema der vd struktur ist ja vorwärts immer rückwärts immer so ungefähr dass sie halt dass man immer konvertieren oder oder wie auch immer schrinken muss manuell damit es sich ja wieder ich weiß da gibt es auch sehr sehr viel in der community was da passiert da sind die tollsten tools drumherum entstanden und frameworks die dann eben sowas aufräumen können und abschnippeln können und wir zusammen bauen also ich da kann man einiges machen einen kunde von uns hat sich gegen fs logics entschieden weil er eben mit titrix profilmanagement ganz einfach mal so im dateisystem irgendwelche daten ändern kann und löschen kann in den profilen seiner mitarbeiter das war für ihn ganz wichtig und er hätte sonst immer die vhdx oder die vd mounten müssen und dann erst was ändern können das fand er ganz doof und er wollte halt die profil sachen bei diesen noch relativ klein also da muss ich mir dann eben keine sorgen machen über den größen zuwachs und er hatte auch noch relativ wenig anwendungen also da hat das schon sinn gemacht ich sag mal so es kommt halt immer darauf an man muss sich die umgebung anschauen klar wahrscheinlich hat microsoft also die ganz großen kunden und das ist natürlich ganz anders aus als bei den kleinen so so kunde wollte kein app locker integrieren und hat das mit fs logics regeln gelöst fand ich eine witzige idee weil fs logics ist ja dann vielleicht auch schon auf einer pro edition lizenziert und den app locker habe ich dann ja erst auf der enterprise dabei also meines ist und ich habe fast nicht genau im kopf und auf der art und weise kann ich ja vielleicht da an der stelle umgehen wenn ich eine office 365 lizenz habe für meinen client oder für mein system und damit eben ja es kommt hier also ist noch mal eine antwort von ben ich glaube was war noch mal die voraussetzung für fs logics auf seiten des servers der die vhd bereitstellt also ja server voraussetzungen ich glaube nicht viele da vielleicht besitzen das land haben es jetzt nicht mal im kopf also das ding ist ziemlich harmlos zu installieren das muss man jetzt damit das storage gemeint ach so das kann sein dass das die storage voraussetzungen hätte ich auch sogar noch eine frage wie schaut denn das mit dem scale out fileserver und und vd aus also das wäre mal ein interessanter punkt gut gut dass du fragst am bau bitte kein softs okay weil resilient filesystem ist und das softs nicht supportet okay das ist klar aber ich könnte ein anderes nehmen dann müsstest du ntfs nehmen aber dann kommst du dahingehend wahrscheinlich in die bredouille dass halt eben das merchen der differential disk und der read only disk weitaus mehr zeit in anspruch nimmt als das es sollte storage spaces direct wird zum beispiel auch eine lösung okay das ist natürlich eine interessante option also generell server voraussetzungen jetzt ist ja schon erwähnt aus deiner deine empfehlung ist halt ein rest filesystem und ansonsten fileserver am besten etwas verfügbareres also wer dann in microsoft cluster oder sowas wo man da ja welches gut verteilt aber da habe ich ja dann eben auch trotzdem eventuell wenn ich einen ausfall habe eher doof ne so ja das ist dasselbe wie irgendwie wie bei app wie halt also also wenn bei dir im datacenter was ausfällt und steht dann hast du halt ein problem und dann ist app wie wahrscheinlich dein kleinstes ja gut aber da kann ich ja die pakete schon hoch verfügbar auch bereitstellen ja gut du machst halt bei den bei den bei den profilen machst halt auch ein file cluster file cluster ja okay also ein klassischer file cluster mit keine ahnung wie viel notes du halt machen möchtest der david refs drauf supportet oder halt eben storage spaces direct wäre eine möglichkeit in es geht es ja falls wer es ein bisschen performante haben kann oder möchte der kann sich azure metap files anschauen ist halt dann kostenfrage so ja der ben wünscht sich sdcm integration für apple tech vielleicht kommt ja da mal was sagen wir noch so dass das sebastian schon geantwortet das habe kunden gesehen die hatten notes 100 prozent in der viel laufen ob alle features funktionieren ach so ja dankeschön also dass wir da schon die antworten dazu lotus notes also ich würde da auch mal einfach nach einem rezept suchen also notes wie sieht was dabei rauskommt irgendjemand hat bestimmt was schon geschrieben ähm sdcm integration auch schon beantwortet ja ähm wenn ähm api touch on cram kommen soll dann kannst du sdcm integration gehen schön wär's ja aber da sind so viele leute am basteln also ich habe jetzt gerade erst gesehen ähm der ähm eine kollege davon von sepago hat so ein management tool programmiert für windows virtual desktop ich habe seinen namen vergessen aber der ist ja ziemlich aktiv in dem bereich und da hat er jetzt auch irgendwas integriert glaube ich also und dann gibt es natürlich noch den msi x hero den kennt vielleicht auch der ein oder andere schon der baut auch apple touch images out of the box na gut ich bin dann eher so der manuelle typ das heißt ich baue sowas mit powershell auf der command line und ähm naja die gui baue ich dann hinterher für die powershell wenn kunde das möchte aber da gibt es schon ganz tolle tools also msi x hero wer da sich mit beschäftigt oder so sollte sich die mal anschauen also wahnsinniger aufwand steckt da drin super gut programmiert ich habe selten so ein gutes tool gesehen ähm auf laut data transfer so das ist irgendwie ein link der veröffentlicht wurde das ist das beschreibt das odx das offloading data das ist aber halt eher tatsächlich ein reines storage thema also das wirst du mit fs logics im zusammenhang nicht lesen ähm ich würde mal das recording noch stoppen ähm ich würde mal das aufwärts sein 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 ähm ich würde mal das aufwärts sein